Die Generation Ihrer Tochter ist die Letzte, die auf der Erde überlebt. Jetzt müssen Sie mir sagen, wie Sie die Welt retten wollen. Fünf. Sie sind der beste Pilot, den wir je hatten. Vier. Gehen Sie da raus und retten Sie die Welt. Drei. Du weißt nicht, wann du zurückkommst. Ich komme wieder zurück. Dann los. Finden wir ein neues Zuhause. Und dann... Festhalten! Interstellar im Kino. Interstellar im Kino.